Moin Leute, wir machen hier weiter bei Uncharted The Nightmare Collection Among Thieves, also nicht, so heißt nicht die Collection, sondern das ist der zweite Teil in der Collection. Und wir sind hier mit Harry, heißt er glaube ich, Harry, ich meine schon. Und wir müssen für Lazariewicz hier, hier irgendwie, irgendwie was. So, okay, wir müssen jetzt hier für Lazariewicz irgendwie was machen. Oh. Schön, dass du Spaß hast. Tut mir echt leid. Na toll. Siehst du, vertrau mir doch einfach. Na bitte, Schätzchen. Na los, du zuerst. Ja, ich laufe jetzt weg, Alter. Tschüss, ne? Nee, du führst mich in eine Sackgasse. Hier durch. Ich glaube, deine Wampe passt da nicht durch. Ich glaube, ich glaube, ich bin jeder zusammen. Lisa mal, ich bin so gut. Ich bin nicht damals, aber ich mach mich. Ich bin so gut, ich bin jetzt nicht auf. Oh, okay, ich bin jetzt. Okay, ich bin jetzt vom Teamwork. Wir haben damals, was? Oh, ich bin jetzt schon mal. Oh, dabe ich. Ja, leider, ne? So. Zack. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich diese Lore anschieben oder so. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier rüber, ja. So. Dort hinten? Ne. War hier nicht Lass... Ne, da hinten war Lassagriff, oder? So, und jetzt hier rüber. Ich hoffe, du schaffst den Sprung allein. Was du kannst, kann ich auch. Hilf mir, hilf mir. Ne, Mann, Scherz. Wow. Das war ein Scherz, Alter. So, erstmal gönne ich mir diesen Schatz hier. So, muss nämlich sein. Und zwar ist das ein Achtzeichen-Anhänger. Okay. Interessant. Warte mal, habe ich den jetzt bestätigt? Wahrscheinlich, ne? So, und jetzt hier. Okay, machen wir sie auf. Sag was noch hier. Ja, nirgends noch eine Tür. So. Okay. Warte mal. Was musst du tun? Was müssen wir tun? Warte einfach hier. Wie üblich regle ich alles. Wirklich? Moment. So, hier ist Feuer, 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 Feuer. Ich kenne die Symbole. Hm. Feuer ist... Yo, I know. I know what we must do. Hält er das aber schon mächtig. So, warte mal. Okay. Also. Feuer ist das. Das ist richtig. Das ist schon richtig. Jetzt kommt, äh, das. Ja, Junge. Das ist nicht so ganz einfach, okay. Ist das das? Das ist das, oder? Nein. Warum drehst du das denn? So, das muss es doch sein, oder? So. Ich guck einmal kurz. Ja. Und jetzt noch. Warte mal. Einmal noch reingucken. Das. Okay. Okay, okay, okay. Ist es das? Nee. Das ist es. Ach, komm. Warum drehst du dich denn immer viel zu weit? So. Das ist das, oder? Ja. Okay. Jetzt die andere Seite. Bis jetzt habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. So. Also, was ist das erste Zeichen? Das erste Zeichen ist richtig. Warte mal, ich guck einmal noch mal was. Okay. Alles klar. Alles klar. Herr Kommissar, das ist das, oder? Ach, die ist schon fertig. Ja, was kommt denn da aus dem Boden? Das ist nicht mal nützlich. Was kommt denn da aus dem Boden? Fragt er. Waren wir hier Geteile? Was soll das? Was kommt denn da aus dem Boden? Ja. Ja, bitte. Wasser. Ja, jetzt werden wir hier geflutet. Danke. Danke. Hallo. Jetzt kann Lazariewicz ja mit rüber. Och nee, nicht diese Viecher schon wieder in hier. Hör mal. Oh. Hör mal. Danke. Hallo. Kann doch nicht sein, Alter. Ah, da kommt ja noch einer. Was ist denn das, Alter? Wie sollen wir das auch machen, Alter? Oh, nein. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ah, komm. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Komm. Ach komm, das, ey, was ist denn das? Was ist denn das? Das ist doch total random hier immer. Das ist doch halt immer total random. Das ist wirklich total random. Ja, Digga, total random. Das wollte ich gar nicht. Ja, was, Digga, was ist das? Was ist das? Was müssen wir denn bitte für machen? Ach, Digga. Oh, Digga. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen hier? Einfach nur wegrennen, oder wie? Oh, Digga. Oh, Digga. Oh, Digga. Ich bin gerade immer wieder gefangen. Alles klar, Digga. Ja, das ist doch total random. Das ist doch total random. Kann ich mir nicht erzählen, Alter. Ja, jetzt bin ich wieder down. Warm, Alter. Total random. Oh! Alter, Falter. Das ist eigentlich... Wo ist Lazariewicz aber mal kommen? Geht doch. Haltet ihn! Was sind dort diese S? Ah, das ist erstmal Männer. Um Eindringling abzuschränken. Na? Das funktioniert ja super! Lazariewicz. Ich habe getan, was du wolltest. Lass sie gehen. Immer am falschen. Aber du hast das letzte Blatt gespielt und verloren. Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, 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 nein. Noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. Öffnet das Tor! Okay. Wird wahrscheinlich vernichtet werden von Shambhala, oder? Das ist anscheinend Shambhala dort. Es gibt gar keinen Shambhala, oder wie? Nee. Das ist... Hä? Das ist Shambhala hier, ne? Gut. Du warst mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. Auf die Knie! Oh, ey, ey! Soran, wir haben einen Deal. Ich dulde keine Verräter. Alles klar. Ich nehme an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Oh shit, Alter. Was ist das? Sie sind übel! Das sind die Wächter. Schieß, Idioten! Oh shit! Ich hab' nachschneid weg, glaub ich. Ich hab' nachschneid weg. Verdammt! Ich hab' nachschneid weg. Geh, jetzt.. Da sind wir weg! Alles klar? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ähhh... Oh jetzt sind wir da! Verdammt! Ja, okay, keine Schnitte, keine Schnitte, keine Schnitte, okay, ich würde sagen, wir sehen uns hier, aber beim nächsten Mal wieder, bis dann und ciao, Leute.